Hier sieht man das Reifen vom Spritsegel der Zeta. Die Klemmen sind natürlich noch angehängt als Gegengewicht, weil die Schoten jetzt noch nicht mit der Segelstauung verknüpft sind, die das normalerweise spannen würden. Also sprich diese Schoten hier. Und wir mussten ein bisschen improvisieren, weil die Reibung ist doch relativ hoch über die Rohre, die im Rumpf verlegt sind. Aber wir sind dann umgestiegen von der Hanbschnur 1mm auf eine 0,8mm Teflon beschichtete Angelschnur und damit geht es ganz gut. Ich werde noch ausmessen, wie groß die Zugkraft genau ist. Auch hoffentlich geht sich alles aus. Aber es schaut schon ganz schick aus.